Hier sollen in den nächsten Stunden die ersten Lastwagen losfahren. Im belgischen Purs, ebenso wie in Mainz und Idar-Oberstein, wurde in den vergangenen Wochen der neue BioNTech-Impfstoff produziert. Nach der EU-Zulassung kann es am Sonntag endlich losgehen. Kritik, dass andere Länder schneller waren, will der Gesundheitsminister nicht gelten lassen. Wir sind nach der Schweiz am Wochenende die erste Region, das erste Land sozusagen, wo es eine ordentliche Zulassung gibt und keine Notzulassung. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Impfen ist der Weg raus aus dieser Pandemie. Dafür sollen laut Spahn noch in diesem Jahr 1,3 Mio. Impfdosen ausgeliefert werden. Im Januar dann wöchentlich 670.000. Macht bis Ende Januar etwa rund 4 Mio. Impfdosen. Rund ein Viertel davon geht ins bevölkerungsreichste Bundesland NRW. 480.000 Impfdosen sollen hier bis Ende des Jahres ankommen, im Januar noch einmal 565.000. Insgesamt also etwas mehr als eine Million. Auch in Bayern kann man laut Medien berichten, bis dahin mit 800.000 Impfdosen rechnen. Auf die Logistik steht, wir haben 99 Impfzentren, die mobilen Einheiten. Die würden dann nach dem jetzigen Stand anfangen und in die Alten- und Pflegeheime geben und dort zu verimpfen. Gerade in der ersten Phase, bei denen, die nicht mehr so mobil sind, werden die Impfteams von entscheidender Bedeutung sein. Danach kommen auch die 440 Impfzentren ins Spiel. Politiker wie Experten warnen allerdings, Infrastruktur alleine werde nicht reichen. Die Regierung müsse an anderer Stelle nachbessern. Weder die Impfbereitschaft noch die Impfzentren werden das Problem sein, sondern die Menge Impfstoff, die da ist. Die wird erst im Laufe des nächsten Jahres auch für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen. Gerade wenn auch andere Impfstoffe auf den Markt kommen. Biontech-Boss Ugo Sahin macht aber schon mal Hoffnung. Laut seiner Prognose könnte es bereits im Spätsommer so weit sein, mit der Rückkehr ins normale Leben. Biontech-Boss Ugo Sahin